In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch meinen Einkauf bei Alles für 10 Euro zeigen. Ihr wisst, ich habe schon dreimal, glaube ich, jetzt das dritte Mal genau bei Alles für 10 Euro bestellt. Und das, was ich jetzt bestellt habe, ist bis jetzt das Beste gewesen, was ich je bestellt habe dort. Also der Einkauf wäre bestimmt über 400 Euro. Aber ja, definitiv nicht mal ein Viertel dafür muss man dafür dann zahlen. Ich muss das, glaube ich, nicht erwähnen, dass alles 10 Euro kostet. Ich fange auch direkt an. Da sind sehr, sehr schöne Sachen dabei. Ja, ich freue mich unnormal. Also ich zeige es euch einfach. Also als erstes habe ich für meinen Bruder diesen Kapuzen-Shirt bestellt. Also so ein Pulli sozusagen mit Kapuze. Und der ist total gut vom Stoff. Der hatte das auch letztens an, wo der hier war. Das riecht jetzt natürlich total gut. Aber ich finde den Stoff sehr, sehr gut. Das ist jetzt größer M. Hat natürlich nur 10 Euro gekostet. Und super, super Stoff. Das sieht jetzt ungebügelt aus, weil ich das noch bügeln muss. Ich habe das jetzt aus der Wäsche rausgeholt. Dann mein absoluter Favorite ist dieses Kleid, Leute. Ich weiß nicht, einige kennen bestimmt die Marke Zero. Da sind auch Markenprodukte dabei. Genau, da sind Produkte dabei. Klamotten, Schuhe, die eine Marke haben zum Beispiel. Da steht Geheimtipp davor. Das heißt dann, das ist von irgendeiner Marke. Aber die Marke steht natürlich nicht drin. Deswegen Geheimtipp. Und hiervor stand auch Geheimtipp, das ist jetzt von der Marke Zero. Kostet eigentlich so viel. Und wie viel habe ich sozusagen gezahlt? 10 Euro. Ist das nicht der Hammer? Ich versuche euch die Kleider auch betragen zu zeigen. Ein super, super, super schönes Kleid. Also ich habe jetzt bloß 38 bestellt. Aber die Qualität ist der Hammer. Der Hammer hat hier Pailletten und hat so ein, wie nennt man das? Spitze hat das. Und dieser Stoff ist auch nicht durchsichtig, wollte ich sagen. Also man kann nicht durchsehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also das kann man auch im Winter perfekt anziehen für besondere Anlässe. So, dann habe ich für den Sommer, also wir fliegen ja bald in den Urlaub. Da habe ich mir dieses Kleid bestellt. Kostet eigentlich 45 Euro. Ich zeige euch das mal so, damit ihr das auch seht. Und das finde ich super, dass die Preise dann halt noch dran stehen, ne? Dann sieht man, was für einen Schnapper man sozusagen gemacht hat. Das ist dieses Kleid, das ist ein bisschen, ich habe extra Größe einbestellt, damit es ein bisschen weiter ist. Aber, ich glaube, es ist ein bisschen zu weit. Aber wenn dann, ne? Der Bauch da ist bald. Also wenn wir schwanger sind, dann passt das perfekt, denke ich mal, im Sommer. Ja, ist ein bisschen länger. Aber ich finde das zum Beispiel so, das kann man auch perfekt so als Umstandskleid verwenden. Wenn ich natürlich bis dahin schwanger werde. Genau, da ist einmal dieses Kleid. Ich finde das auch total schön. Also der Stoff ist auch so ein bisschen schwerer. Man könnte das auch so abends anziehen an etwas kühleren Sommertagen. Dann haben wir, kennt ihr noch von damals die Tamagotchis, Leute? Das ist so ein Dreierpack gewesen. Eins habe ich jetzt schon ausgepackt, weil ich damit gespielt habe. Für 10 Euro. Die werde ich auf jeden Fall verschenken. Also ich liebe hier Tamagotchis. Ich habe die damals geliebt. Ich habe die seitdem auch nicht mehr gesehen irgendwo. Ich weiß nicht, wo man die kaufen kann. Aber für drei Stück 10 Euro ist nichts, finde ich. Also ja. Und da sind schon Batterien enthalten. Also man kann direkt losstarten und spielen. Dann habe ich für Audet diese Socken bestellt. Die sind von Hechter. Ich kenne die Marke jetzt nicht, aber er hat Socken gebraucht. Und ja, das ist dann perfekt. Ich habe jetzt Größe 43, 46 bestellt. Und ja, er freut sich auch sehr. Genau, er hat sich auch sehr gefreut, weil er braucht wirklich Socken. Ohne Socken. Seine Socken gehen irgendwie voll schnell kaputt. Ich weiß nicht warum. Ich bin mal gespannt, wie die hier sind. Und dann habe ich noch ein Kleid bestellt. Hätte ich lieber hier Größe 38 bestellt. Das ist mir ein bisschen zu kurz. Also ein bisschen sehr kurz. Man sieht, also... Naja, ich kann es nur als Oberteil anziehen. Sagen wir es mal so. Aber so ein schöner Stoff, Leute. So ein schöner Stoff. Den hatte ich jetzt auch an. Ein sehr, sehr schöner Stoff. Genau, als Größe 36. Das hat so ein... Ich weiß nicht, wie ich diesen Stoff beschreiben kann. Aber so ganz leicht. Bildleder Optik hat das auf jeden Fall. Und wie sich das anfühlt, total weich. Aber super Qualität. Man kann das halt vorne dann noch zuschnüren. Also ich ziehe das halt als Oberteil an. Man kann das halt natürlich auch als Oberteil anziehen. Und immer kurze Shorts drunter. Das sieht natürlich auch sehr, sehr schön aus. Dann habe ich noch was für Outlet. Was ich auch sehr, sehr cool fand. Perfekt für den Urlaub. Das ist so ein Set. Einmal die Hose. Ich finde, die Hose ist ein bisschen zu groß. Aber er wollte jetzt unbedingt Größe M. Also das ist einmal die Hose. Und dazu passend einmal diese Schuhe. Ja. Also die Schuhe denke ich mal passen perfekt. Die Hose weiß ich nicht. Aber die kann man ja vorne hier zuschnüren. Von innen. Was ich auch sehr gut finde. Ich hasse das, wenn die... Wenn die... Wenn das hier außen ist. Ich mag das irgendwie gar nicht. Aber auch sehr, sehr guter Stoff. Und jetzt braucht ihr nur noch eine Badehose für den Urlaub. Ja. Und dann kommen wir auch... Davon habe ich zwei Stück bestellt. Und ich habe für meine Mama noch ein Kleid bestellt. Das ist leider schon bei ihr. Ich belende es euch aber hier ein. Auch ein sehr, sehr schönes Kleid. Ist richtig stretchy. Und super, super schönes Kleid. Und ihr wisst ihr, sie trägt halt längere Oberteile. Aber dieses Kleid ist halt perfekt für sie gewesen. Das habe ich für sie in Größen 36 bestellt. Ja, und dann habe ich zweimal diese Jacke bestellt. Einmal für mich und einmal für meine Mama. Das ist jetzt Größe 36. Für meine Mutter habe ich Größe 34 bestellt. Auch von der Marke... Achso, ich habe euch gar nicht den Preis davon gesagt. Der Preis von diesem Kleid war auch... Also das ist auch von der Marke Zero. Ich hatte das jetzt einmal an. Hat auch 45 Euro gekostet. Ja, 45,99 oder 44,99. Finde ich auch total günstig. 10 Euro dafür dann, ne? Von der Marke Zero. Also Zero ist wirklich eine sehr, sehr gute Marke. Die Qualität ist top. Dann kommen wir zu der Jacke, die wir bestellt haben. So eine Übergangsjacke. Die Jacke hat auf jeden Fall... Ja, jetzt fokussiert der nicht. So, die Jacke hat auf jeden Fall 99,95 gekostet eigentlich. Und ja, in einem Online-Shop kostet die nur 10 Euro. Und zwar ist es diese Jacke. Ich finde die super, super schön. Also, die Qualität... Es ist einfach... Du schwitzt nicht drin. Kinder, die sehr, die zu eng sind und du schwitzt einfach drum. Also ich finde die Qualität sehr, sehr gut. Ich bin wirklich dieses Mal so zufrieden. Das Problem ist eben, es muss total schnell sein. Weil wenn eine Sache einmal ausverkauft ist, ist sie einmal ausverkauft. Da kriegt ihr die nicht nochmal. Ich wollte euch dann noch was zeigen. Momentan haben die auch so eine Aktion. Genau, ihr ladet euch einfach die App runter, dann geht ihr drauf. Und die haben momentan eine Aktion. Und zwar, ich gehe jetzt mal 2 für 1. Das heißt, ein Produkt kostet nur 5 Euro. Und es gibt ja nicht nur Klamotten und so. Es gibt Schmuck, dann gibt es hier Puzzles. Könnt ihr kaufen. Klamotten, Decken für die Kinder, voll cool. Von Toy Story und so. Die Sachen kosten zum Beispiel nur 5 Euro. Dann kriegt ihr halt 2 für 1 sozusagen. Dann gibt es Taschen, Uhren. Es gibt es noch Schuhe. Die haben auch sehr schöne Schuhe. Ach, ich sehe gerade, die haben jetzt auch Rucksäcke reinbekommen. Also die bekommen jeden Tag neue Sachen rein, Leute. Ihr müsst wirklich schnell sein. Weil wenn eine Sache einmal ausverkauft ist, ist sie ausverkauft und kommt auch nicht mehr rein. Die haben sogar Star Wars Parfüms. Also wenn ihr auf dieses Star Wars Parfüms steht und sparen wollt, dann könnt ihr die gerne hier bestellen. Ja. Genau. Ketten, Ohrringe. Richtig, richtig schöne Sachen. Ich wollte mir jetzt diese Shorts hier bestellen. Das ist auch ein Geheimtipp. Statt 25 Euro, 5 Euro. Die ist auch schon bei mir im Einkommenskorb. Ich habe jetzt Größe 38 bestellt. Die gibt es auch nur noch einmal. Ich glaube, ich bestelle die jetzt sofort, bevor die weg ist. Genau. Es gibt halt auch andere Sachen. So zum Beispiel so ein Tischsitz für Kinder. Ich finde sowas total praktisch. Wenn man zum Beispiel irgendwo hinreist. Jetzt nicht in die Türkei oder so. Aber wenn man zur Familie oder so reist, dann ist sowas natürlich sinnvoll. Ja, ihr Lieben, das ist der Shop. Ich habe wirklich bis jetzt dreimal dort bestellen dürfen. Und ich bin jedes Mal zufrieden gewesen. Vor allem jetzt denke ich mir so, das hat sich dieses Mal wirklich sehr belohnt. Also ihr seht es ja auch. Diese Jacke ist eigentlich 100 Euro. Und ich habe sie sozusagen für 10 bekommen. Also ich werde die, glaube ich, heute auch anziehen direkt. Die passt perfekt zu meinem Video-Oberteil. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich konnte euch inspirieren. Ihr wisst, ich bin so ein Sparfuchs. Und wenn man für Markenprodukte nicht viel Geld zahlt, dann ist das perfekt für uns Mütter natürlich. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und über ein kostenloses Abo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habe ich schon gesagt. Ja, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.